ADHS ADHS ist für mich bedeutet, dass wenn sich jemand nicht konzentrieren kann, obwohl er es möchte, wenn das also außerhalb seines bewussten Einflussbereichs liegt. Sie sind sehr energetisch, ich denke, sie sind immer sehr aktiv, sie haben immer noch keine Aktivitäten, sie nie stoppen. Ich denke, dass ich ein Kind oder ein Kind, wenn sie sich nicht mehr aufzuhalten, sie sind nicht mehr darauf, dass sie etwas nicht zufrieden sind. Oftmals werden sie sehr hyperaktive und wollen Dinge machen, haben es ziemlich schwer zu konzentrieren auf Engel. Sie oftmals verabschieden zwischen den verschiedenen Dingen. Sie sind verletzbar, verlieren Dinge. Wenn man die Leute fragen, warum sie verletzbar sind, warum sie schwer zu fokussieren, sie oft sprechen über ihre Mindestellung auf der Gange und diese Art von Hintergrund, der Mindestellung, die immer weiter geht. Es ist sehr schwer zu verwenden und zu fokussieren auf die Dinge, die du hast zu tun. Der andere Teil von ADHD ist, dass man sich nicht zufrieden hat, nicht zu sitzen, zu gehen und zu gehen und zu gehen. Und das Gefühl, dass man etwas zu tun hat. Ich denke, es ist eine wichtige Sache, dass Menschen oft nicht erkennen, dass Emotion Dysregulation ist wirklich ein Teil und Teil von ADHD. So, you know, most people with ADHD do have problems in regulating their reactions, the way they're feeling, and they often get irritable or angry, they overreact to things. And that can also have a big impact on the way they're functioning and the way they are in their daily lives. Iidosответentid sind. Wobei. Geklischen. In der Art von Kreikko für ein stört mit Pierrot Congratulations. Wobei. Vielen Dank an her an. Zeit ist einzel sie, mit Ihnen. Wir entwickeln hierin. Eiwehen wir Sie vielleicht doch damit. en Michael hah.